Musik Aber wir können nicht zufrieden sein mit einer europäischen Migrationspolitik. Die gibt es im Grunde heute so nicht. Und wenn das so bleibt, ist das eine schwere Bürde für Europa. Und deshalb werden wir unsere Ratspräsidentschaft nutzen, um hier Fortschritte zu machen. Musik Migration ist komplex. Der alten System, um es mit der Europäer in Europa nicht mehr funktioniert. The Commission's package on migration and asylum, which we present today, offers a fresh start. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020